Willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, wir haben das letzte Mal gegen das Riesenfieh da. Der heißt ja, gehe zum Wild... Ja, ich muss ja hier hin. Und muss gegen den kämpfen. So, jetzt hau ich ab. Das ist mein Glück. Ich mach das jetzt mal anders. Ich werd mich da jetzt gar nicht einmischen. Aber der hat mein Geschütz schon wieder den Arsch gekriegt. So, mal sehen. Kann ich den denn... Kann ich den so ein bisschen schädigen? Weil der schießt ja hier mit übelst starken Raketenwürfer. Oh oh. Uiuiuiui. Uiuiui. Lass mich in Ruhe. Ich geh auf zu meckern. Losgeschützt, komm wieder. Alter. Wenn mein Schild mal sofort weg ist. Ich muss hier echt immer in Deckung bleiben. Der ist irre. Hör auf mit bläbend endlich. Ich bin Spitz. Alter, geblieben. Nein. Da ist schon wieder fast tot gewesen. Wie geht's? Kuschelzeit. Geht's dann? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, den schaffen wir aber nicht. Und wenn ich sterbe, dann ist er wieder voll. Ich wusste doch nicht, dass der hier hinten reinkommt. Warte, der ist der erste Gegner, der eine richtig harte Nuss ist. Oh mein Gott. Erheben Sie sich aus Ihrem Grab. Tja. Erheben Sie sich aus Ihrem Grab. Und da vorne läuft er wieder. Ich weiß nicht, wie ich den erledigen soll, ehrlich gesagt. Verarbeite sie zu Hackfleisch. So eine Herausforderung war das gar nicht. Oh, ich bin schon fast tot. Oh, ich bin tot. Ich kann nur hoffen, einen von den Zwergen da oben zu treffen. Nein. Oh, wie soll ich den nur platt machen? Warte mal, hab ich nicht auch einen Raketenwürfer? Moment mal. Ich hab doch hier auch einen Raketenwürfer gefunden. Dreimal. Äh, äh, äh. Und Explosion. Sonst hab ich keinen Raketenwürfer hier, ne? Das ist einer, ja. 2000. Na gut, der andere macht dreimal. Der hat 23. Ach, das ist, ne, das ist ja... Ne, doch, warte mal. Der hier. Den nehm ich mal für... Für das Scharfschützengewehr. Und dann will ich mal sehen, ob ich den nicht damit kriege. Wo läuft der? Da? Schütze erstmal da hin. Oh, der liegt aber ziemlich nah am Arsch. Ist das hier, Raketenwürfer gegen Raketenwürfer? Ich glaub, ich hab ihn. Naja, wenn das so einfach geht... Der ist aber gut, der Raketenwürfer, muss ich schon sagen. Sniper hab ich aber sowieso jetzt kaum benutzt. Ja, Mann. Oh, wenn ich das so kann. Ja, ich fern, ich fern. Ich fern, ich fern. Du bist doch vielleicht? Oh. Oh, ich fern! Ich fern, ich fern. Ich fern. Ich fern. Ob in, ich fern. Ist das nicht 2 gewesen? Na gut, dann machen die... So, ich soll immer noch da hin. In die Richtung. Ach, hier liegt da seine Beute. Oh ne! Ich muss weiße Waffen raushauen. Jetzt ist aber mal gut hier. Das ist ja wie Schmeißfliegen, ey. Komm, andauernd wieder. Der hat auch Euridium fallen lassen. Nimm mich doch gerne. So, war das jetzt alles? Achso, ich wollte... Ne, gehe ich mal ein Stück weiter hier rüber. Nicht, dass ich hintereinander komme. Äh, weiße Waffen raus. Jetzt habe ich doch hier ist eine weiße. Das kann raus. Gucke ich mal auf die Preise. Ja, komm raus. 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 Ähm... Muss das mal reichen. Ich will hier diese Waffen mitnehmen. Gucken wir später mal an. Hier hat er noch eine weiße Sniper rausgeschmissen. Ja, die nehme ich jetzt. Wie wert ist die? 460 nehme ich jetzt nicht mit. Was ist das, Alter? Dicke Sau. Da kann ich ja von meinen Waffen ja noch die Ene da mitnehmen wieder. 300 noch was. 200 noch was. Kommt die hier. Jetzt bin ich voll. So, ich muss... Hier liegt auch noch eine Sniper. Aber die ist weiß. Jetzt gucke ich aber mal auf die Karte. Das kann ja nicht sein. Wie komme ich hier wieder raus? Äh... Ich muss... Ja, ich muss... Da durch. Und dann da hin. Okay. Ich muss also... Moment mal, hier? Nee. Ich muss hier durch. Gibt's doch mal nicht so hin und her. Nimm das! Ich muss... Ich muss nämlich hier durch. Durch den Pfad. Ich kann ja mal versuchen, durchzurennen. Oh, der fällt ja keine Sau aus hier. Alter. Hört auf. Damit. Ich muss jetzt mal die ganze Bande an, ja. Lass mir Ruhe. Oh, der schafft so noch bis hierher. Aber das war's dann. Ich muss jetzt mal wissen, dass ich vieles von denen gegnt habe, ey. Zwerg. Ja, 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 ja. Noch mehr von euch. Und noch so'n großer. Soll. So, ich muss, äh, ja, mich hier links halten. Links halten, aber hier geht's nirgendwo. Ach, hier ist ne Wand. Ich komm hier gar nicht zurück. Also muss ich doch zu dem Fahrstuhl. Wo war der Fahrstuhl jetzt wieder? War der nicht hier? Nerv mich nicht hier. Oder war das hier unten um die Ecke? Ne, da ging's ja runter, obwohl da, da könnte... Moment, da könnte der Fahrstuhl gewesen sein. Oh, hier, ne? Hier hinten könnte der Fahrstuhl sein. Genau. Uiuiui, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird, hier wieder rauszufinden. So, und jetzt nur links halten. Ach, jetzt bin ich hier oben wieder. Alter. Da oben. Alter. Da hinten soll ich doch hin. Hier. Komm ich aber nicht durch. Wahrscheinlich muss ich da noch was... ...aktivieren. Oh, lass doch den Großen anruhe. Oder kann ich da vielleicht auch durch? Ne, ich kann da durch. Hier ist ein Rad. Ja, runterfallen will man hier nicht. Was ist da? Haben wir es endlich gefunden hier, wo es weitergeht. Ja, das zeigt mir nur an, dass ich durch das Tor soll. Na prima. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Äh. Ja, die ist bestimmt auch nicht schlecht, aber macht weniger Schaden wie unsere. So, ich habe hier noch einiges zu verkaufen. Ähm. Ja, weg. Oh, jetzt habe ich die... Na, egal. Ich hoffe, wir werden keine Feuerwaffe jetzt so schnell brauchen. Sniper. Ein Sniper wollte ich auf jeden Fall aufheben. Ähm. Weg. Das können wir noch einsetzen. Die Schilde. Und das ist eigentlich in allen besser wie unseres. Nadegeschwindigkeit, ja. Und schlaue Verzögerung. Aber es zieht mir minus 417 Leben ab. Naja, das finde ich doch nicht schön. So, ähm. Was wollte ich denn jetzt? Ähm. Den Kopf hier einlegen. Okay. So, das wäre hier ein Besserstück. Ähm. Ne, das ist das. Das. Ja, wenn es mal bessere Schilde geben würde, dann gibt es aber nicht. Uuuh. Da schon wieder hin? Ähm. Moment mal. Die Mission war doch fertig. Ich bin so dumm. Hier würden wir ja in der Hauptstory weitergehen. Ne, als nächstes kommt das. Da muss ich natürlich wieder zurück. Aber gibt es hier nicht einen, äh, Schnelltransporter oder so? Da unten vielleicht? Aber hier kamen diese ekligen Viecher, ne? Warte mal. Ich gucke mal auf die Karte. Ne. Ich glaube, hier gibt es keinen. Doch, Schnellreise. Alles klar. Dann zur Schnellreise. Schnellreise. Wo bist du? Hier. Hier. Da wieder zurück. Dann waren wir hier doch noch nicht fertig. So. Na gut, dann machen wir aber hier das nächste Mal weiter. Mit der nächsten Mission. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte Kommentare oder Likes. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und ihr unterstützt mich damit ja auch sehr. Und, äh, ja. Sage Tschüss. Das war's. Wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020